Jetzt im Juni sind unsere Bäume saftig und grün. Trotzdem liegen immer wieder kleine Früchte am Boden. Ist der Baum krank oder was hat es damit auf sich? Herzlich willkommen bei Schaumer Garten. Unsere Obstbäume haben Selbstreinigungskräfte. Früchte, die vielleicht angestochen sind oder solche, die etwas zu klein geraten sind, werfen unsere Bäume jetzt im Juni ab, um die verbleibenden Früchte besser versorgen zu können. Man nennt diesen Vorgang den Juni Fruchtfall. Im Hausgarten unterstützen wir die Bäume bei dieser Gesundheits- und Hygienemaßnahme, indem wir die Fruchtstände ausdünnen. Diese Fruchtausdünnung erfolgt ganz einfach, indem ich kleinere Früchte herausbreche und somit die verbleibenden kräftiger und gesünder werden. Mehr Einblicke in die Natur im Garten Welt unter schaumagarten.naturimgarten bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.